Die besten 130 Model Racing Fahrer Deutschlands werden am Start des Zuschauern spektakulär Rennsport im Format auch von der animierte Sportart sich entwickelt haben. Nicht in der Originalgröße, aber das kann nicht mehr sehr werden. Der Punkt ist natürlich der Fall der Aufmerksamkeit. Die Erhaltung unseres höchstfestes ist sehr gut.